so guten tag hat ein bisschen gedauert auch vermutlich wegen der internetleistung von 10 megabyte in der sekunde oder o2 aber ja wenn jetzt weitermacht mit installation mache ich jedenfalls auch pause wenn er wieder mit prozent kommt wir brauchen nicht unnötig speicher wir kommen wieder in die sicht wenn er kurz vorm starten ist dankeschön da steht da 65 und 60 prozent sind bereits abgeschlossen jetzt kann auch wissen dass wieso das so unscharf zu lesen ist auf dem handy ich weiß es nicht jetzt scharfe wir haben das war vorher gar nicht zu lesen aber ja ich bin gespannt wie windows 11 startet ich habe eigentlich mit 11 gerechnet also werde ich noch mal überprüfen wenn ich für 10 wenn ich bin das 10 will und dann windows 11 installiert dann läuft was falsch oder hat der gedanken diese gelacht weil kaufland werbung ich habe den mann kaufland bezahlt er gekauft bezahlt über klana rockig ja los sich eingeschaltet wir sehen könnt ich habe den lacher mitbekommen war nicht ich aber hallo ja immer noch vorbereitung läuft ich mache jetzt mal gleich pause oder ich meine mit der installation ist ja schon mindestens jetzt 20 minuten halbe stunde dran diese hrp kann man gar nicht lesen oder weil es licht ist was schlicht ey hrp echt mach ich nicht seht es ja stromkabel aber ja ich mache jetzt gleich auf pause bis der monitor ist wieder da weil wer weiß wie lange das noch dauert oder wie lange noch speicherplatz übrig ist also ich mache auf pause kurz wir sind immer noch nicht fertig können wir auf die uhr schauen stimmt fast aber ja es ist jetzt da gestanden wir haben es fast geschafft ok internet sind wir noch verbunden jetzt haben wir klopft müssen wir in edge aufmachen oder jetzt gehen wir klopft auf nord was ist hier machen wir kurz pause ich habe mich jetzt doch angemeldet aber jetzt werde ich mich bei google anmelden ich hoffe mal das stimmt oder ja Gehen wir jetzt mal auf Nein und Schengel. Deutsche übersetzen, ja. Aber jetzt gehen wir mal hin auf Norden. Schauen wir uns mal kurz rein. So viel Uhr machen. Das wird interessant. Zulassen, zulassen. Das ist ein neuer Rechner. Jetzt werden wir mal gespannt, ob diese Software hier kann installiert werden auf diesem Rechner. Hier nochmal alles klar. Nichts auf dem anderen auf diesem. Das ist ein neuer Rechner. Das Gerät wird nicht unterschützt. Das Gerät schützen. Wie soll man ein anderes Gerät installieren? Ich möchte auch schließlich ein Gerät installieren. Video läuft weiter. Hey, guten Tag. Ich habe gerade aus Versehen ein Foto gemacht. Jetzt bin ich gespannt. Wenn wir jetzt hier Eigenschaften gehen. Die Datei stammt von einem anderen Computer. Der Zugriff wurde aus Sicherheitsgründen eventuell blockiert. Windows wurde gerade installiert. Was sagt hier der Support? Kein Scherz. Die Video kann jetzt beendet werden. Und ich melde mich. Dankeschön. ruh. Vielen Dank.